Ihr Lieben, in diesem Video schauen wir uns nochmal detailreich die neuen O2 Free Unlimited Tarife an. Ich zeige euch in einem kompakten Video, maximal 10 Minuten lang, was die neuen Tarife ausmachen und vor allem für wen sie interessant sein könnten und wo man eventuell nochmal die eine oder andere bessere Kondition rausholen kann. Und ich zeige euch natürlich, wie auch Bestandskunden in den Genuss kommen und einen günstigeren Preis zahlen als der reguläre Preis. Die neuen O2 Free Tarife sind erstmal grandios, weil es keine Datenvolumenbegrenzung mehr gibt. Ihr seht jetzt auch eingeblendet die neuen Tarife, der O2 Free Unlimited Basic, Unlimited Gigabyte, also unbegrenzt, aber ihr seht es schon, maximale Surfgeschwindigkeit 2 Mbits für 30 Euro. Dann neu dabei der O2 Free Unlimited Smart, auch unbegrenzt Datenvolumen. Wir sehen hier auch 5G ready, sehr interessant und 10 Mbits, bis zu 10 Mbits Übertragungsgeschwindigkeit. Ich sage auch gleich nochmal was zu den Uploads, sage ich auch gleich nochmal was. Und der O2 Free Unlimited Max, mit der maximal verfügbaren Geschwindigkeit, maximal 225 Mbit, glaube ich, ist das maximal, was man erreichen kann, im Idealfall. Auch hier 5G ready für 49,99, das heißt, man kann jetzt sagen, O2 Free Unlimited Basic, 2 Mbit, da muss man dann überlegen, ist mir das 30 Euro wert. Das kann man jetzt erstmal kurz wirken lassen, das sind die neuen Unlimited Tarife, so ein bisschen das, was sich viele gewünscht haben. Ein Mbit ist schön, aber 2 Mbit sind noch schöner, ja, also dass hier flüssiges HD Streaming möglich ist, mit 2 Mbit, das bezweifle ich. Wir werden es vielleicht in Zukunft dann hier auf diesem Kanal mal testen. Schauen uns jetzt nochmal auf einer Website so ein bisschen was zu den Eckdaten Upload und so an. Die Quelle meiner Recherchen findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, ihr seht sie hier nochmal aufgeschlüsselt. Und wenn wir jetzt mal hier leicht nach links ziehen, dann sehen wir bei den O2 Free Tarifen, und das ist sehr, sehr interessant, die O2 Free Tarife, L, M und S, ja, werden in Zukunft auf 32 KB gedrosselt, ja. Das heißt, hier surft man nicht mehr mit einem Mbit unbegrenzt weiter, damit ist Schluss. Also man hat sich jetzt gezielt dafür entschieden, okay, die Free Tarife, die haben keine Weitersurf Garantie mehr. Da hat man verzichtet. Wer das möchte, der muss sich jetzt einen dieser O2 Free Unlimited Tarife gönnen, also mindestens den Basic für 29,99. Schauen uns das hier auch gerne nochmal an. Upload-Werte, ja, hier haben wir die Upload-Werte nochmal bei Inside Digital. Genau, bei dem O2 Free Unlimited Basic, 1 Mbit Upload. Bei dem O2 Free Smart, 5 Mbit Upload. Und bei dem O2 Free Unlimited Max immerhin 50 Mbit. Hier könnte man so das Gefühl haben, wenn man sich den Upload anschaut, den Upstream, kann man auch sagen, dass man gezielt nicht möchte, dass dieser Tarif von YouTubern benutzt wird, um HD-Videos hochzuladen, ne, wenn man sich so die Upstream-Werte anschaut, ja. Genau, EU-Rooming ist alles möglich und enthalten. Für Bestandskunden, die eine Weitersurf-Garantie in ihrem Tarif haben, ändert sich nichts, betont eine Sprecherin gegenüber heiße Onliner. Da sind wir also mal gespannt, ja. Jetzt können natürlich viele sagen, vielleicht wechsle ich sogar in einer der interessanteren Tarife. Finde das mit 2 Mbit auch sehr interessant. Ob ich vielleicht dann jetzt schon vorzeitig in eins der neuen O2 Free Unlimited Tarife wechsle. Was meint ihr? Ist das vielleicht für euch interessant? Also erstmal Entwarnung, Bestandskunden laut einer Sprecherin von O2 bleiben weiterhin mit einem Mbit in der Weitersurf-Garantie. Also wer die heute hat, beziehungsweise vorm 4. Februar, wo die neuen Tarife eingeführt werden, der behält diese Garantie. Das heißt, wenn jetzt der eine oder andere sagt, hey Chris, hast du noch den 899-Tarif, wo ich auch mit einem Mbit unendlich weitersurfen kann? Ja, den gibt es tatsächlich Stand jetzt noch, ja. Den müsst ihr allerdings vor dem 4. Februar bestellen, ja. Die neuen Tarife werden am 4. Februar eingeführt und damit werden dann die alten Tarife, die alten O2 Free Tarife, mit ihren schönen Bestandteilen sich auflösen und die wird es dann so nicht mehr geben. Also ihr könnt noch unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken und könnt euren O2 Free S mit der Weitersurf-Garantie abschließen. Ich weiß nicht, wie es nach dem 4. Februar da mit unserem Partner aussieht, ja. Die neuen Tarife sind buchbar ab 4. Februar. Also alle, die jetzt sagen, oh, ich habe eigentlich noch Bock, mir den O2 Free Tarif zu holen. Ein Mbit reicht mir komplett zum Surfen, ja. Ich will aber mir die Weitersurf-Garantie noch sichern. Der kann unten in der Videobeschreibung sich mal den Link dazu anschauen. Ist dann auch nochmal eine Ecke günstiger als auf der O2 Website, ja. Das ist dann auch nochmal eine Ecke günstiger als auf der O2 Website. Das ist dann auch nochmal eine Ecke günstiger als auf der O2 Website.